halli hallo und herzlich willkommen hier zur mittlerweile schon fünften folge von projekt ozonen light genau mit dem wolle 11 hallo hallo und den plexa hi ja und was steht heute an also ich bin heute ein bergmann du hast deswegen auch deine coole berghose an ja okay dann kümmere ich mich weiter ums quest buch da war jetzt eine barrel zu machen clay und eine wood barrel ist jetzt glaube ich nicht das problem das heißt wenn wir ein bisschen holz haben so ich glaube das ging doch so und schon haben wir eine ich hoffe wir brauchen nur eine ja genau eine wir haben die quest erledigt supi wo stellen wir die mal hin da muss immer dahin was kriegt man denn eine loot chest super das nächste wäre ein sieb machen wir die loot chest erstmal auf 3 basic kapaziturs etwas was wir vielleicht später brauchen nicht nicht etwas vielleicht sondern garantiert noch brauchen werden die haben abgelegt das nächste war ein ein sieb was wir machen müssen sie dass sie glaube ich jetzt nicht das problem die fäden sind das problem aber doch ein bisschen anders gekraftet hier also recht einfach einfacher als in anderen mod packs ja da haben wir ein paar fäden vielleicht kriegt man es ja hin ja super ein mesh haben wir schon mal da kann man auch wieder eine loot chest aus werden super ja also wolle wenn du dann 7 magst das sieb ist angerichtet das ist schön für den sieb das nächste wäre ein flint stiffend mesh da brauchen wir einfach ein string mesh und sechs flint haben wir die nicht schon wir haben die schon super dann nehmen wir doch das hier wieder raus kann man nicht mehr ausnehmen oder was doch ich glaube wenn man es abbaut dann bauen wir es halt wieder ab kein problem danach sind so nächste quest erledigt meine gibt es gibt ja bei dir und die nächste loot chest das nächste wäre eine iron mehr stiftend mesh aber da brauchen wir ein paar eisenblöcke so gucken wir mal die loot chest rein aus solaranlagen anlagenvoltaik 9999 das ist ja wau hattest du auch schon ne ja aber das gute ist echt dass wir dann gleich relativ einfach strom machen können zumindest tagsüber noch eine loot chest 2 aber sogar nach eine witch charm braucht man glaube momentan auch noch nicht so dringend da haben wir es drin okay das ist denn das und das floral fertig leise wir auch nach einem quest die wir machen können und ein superheating element im modul auch etwas was wir später brauchen gut dann schaue ich jetzt mal nach dem floral fertig leise auch mal entweder vier blauen vier farbstoffe oder zwei gelbe zwei rote und ein knochenmehl dieses stück ein haben wir was an farbstoffen da noch mehr kümmern machen okay dann gehe ich mal rote und gelbe blümchen sammeln sucht mir zu viel was wird hier zu viel so gelbe haben wir schon gibt es ja immer noch rote pünktchen auf dieser karte das darf doch nicht wahr sein wie ich denn zu schwachen wurde brust sollte helfen kommen zu spät ja das problem ist halt dass du jetzt ein ganzes stück zurücklaufen darfst weil wir noch kein bett haben und die sonne geht gerade und ja ich beeile mich doch schön ich wandere gerne ja ich suchte weil wenn du irgendwo rote blümchen siehst kannst du die gerne mitbringen rote ja ja rote ich hatte aber es rote gelb ist sehe ich sehr viele naja rote sehe ich hier keine aber ich gehe erstmal zurück shop beruhte super dann gehe ich schnell nach hause da war sie apropos lava ne da haben wir ein bisschen was 1 2 3 da ging aber schnell das super ja ein ein bisschen schön gefunden auch wieder sich erst einmal hast du unten irgendwo schon mal lava gesehen da war das ein lavasee aber ich glaube das ist noch von der alten welt oder ich weiß gar nicht ja doch glaube schon die haben mich alles so ins herz geschlossen gibt es gar nicht laufen die hinterher oder das ist sowas anhängliches ich komme dir mal entgegen ich komme geschwommen das ist sicherste gute ich hätte ich kämpfen ich halte die tür frei ach ja hallo mein freund ja hallöchen so du wolltest etwas rotes ja ganz schlecht wie schön ja genau die kleinen brauche ich und ein knochen mehl brauche ich so gelber stoff roter stoff also farbstoff ne nichts falsches denken roten noch dazu und wir haben floral fertig leise und dürften die nächste quest fertig haben super allerdings gibt es ja nichts weit klick und kreis to crow in assortment of mystical flowers ok also machen wir gleich noch mehrere und man könne ja ein können wir noch machen da kriegt man diese mystical flowers wo man dann mit botanien anfangen können aber die botanien habe ich hier eine orange shimmering muscheln mal schon brauchst du nicht wollte ich dann einmal mitgeben ich habe mal einmal du hast noch einmal auch noch keine lava aber ich höre irgendwo lava hier hat die ganze zeit schauen wir mal ihr was wieder leistet ich muss irgendwo hier oben sein aber hier guck mal hier ist ein ganzer see hier ungefähr da ist lava hier hier versuchen wir hier rein zu gehen heißt du mal steine barat falls ihr lauer war kein moment bitte du hast die hände gerade voll so jetzt okay aber die richtige höhe erwischt super getroffen ja es war ein bisschen zu tief dann nimmt man den eimer das ist ja perfekte da sie so ich hätte hier und auch aluminium erz bleiererz eisen erz hat es auch viele schöne sachen jetzt gibt es noch gar nicht ich bin zu gut für diese welt jetzt kann man aber dann sein eisen gleich mal in die schmelzer hauen zumindest acht stück oder was acht oder neun dann haben wir eisen bahn und dann können wir einen tank machen hattest du schon trocken regal gebaut nein das hast du doch hier oben schon oder ja hier lava da gibt es wieder eine loot chest und was ist das wort auf shifting cast ultra ein sehr seltener reward was ist das das dreht sich ja in meiner ganzen minecraft karriere noch nie gesehen so das nächste ist faster kurshipel prozesse muss man da machen klicke hier ok toll yellow block mal 20 plutonium block mal 40 keine ahnung ich habe wahrscheinlich kriegt man das ist häufiger ein kapitel generator na gut das ist glaube ich jetzt kein problem ach gott brauchen wir einen kapest und generale kuppel stone generator ich habe spiegel roto gott zelle 1 2 3 und 4 schon wieder ja da unten ist der kapplost und da brauchen wir mal lava und wasser hier koronkot plus glas das ist denn das nie gehört du hast doch noch einmal kannst du mir den kurz geben oder besser holen wir unten noch lava bitte macht sie bitte mit lava voll ich möchte aber auch mal ausleeren hier meinen rucksack upsala ich muss auf die lava rein von dir und dann haben wir den kappel generator kommt sofort singe die erste schöne anzeige wie viele schon rausgelaufen ist es auch cool 30 prozent 40 prozent 50 eine schöne anzeige so gut haben wir noch aber dann stufe 234 gut was haben wir hier drüben nach kommt aber auch hier in crafting table legen bitte was hier vorne hier in die werkbank auch hier 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 andere seite upsala kommt nächste quest fertig dann schauen wir gleich nochmal nach wie das gute an dem modpack ne das man hier doch relativ schnell die mods erledigen kann naja noch ja du bist repair talisman ich krieg nur ringe zwei viertel da könnte man jetzt ein ganzes herz draus machen so ich bin da mal weg hardcore ist also man braucht das gar nicht das extra leben weil wir ja kein hardcore aktiviert haben was willst du es anziehen sollte ich so haben wir aus neuen eisen haben wir zwei blöcke gemacht das ist ganz cool ja ich sollte es anziehen ich habe nur gesagt wenn du was zum 7 hättest interessant ob eigentlich noch nicht naja noch wüsste ich auch nicht wofür du kannst doch dann einmal wieder nehmen und ich bastel dir dann ich schmeiße einmal mal rüber so weil ich nämlich jetzt einen tankbau ich versuche noch ein paar schöne sachen für dich zu finden jo gerne gold redstone ich muss mal gucken der endertank wie ging denn der tank ach ja genau andersrum vertausche ich gerne mal ne so dann nehmen wir uns in einmal und holen bisschen lava aluminium und kupfer und kupfer und kupfer und kupfer und kupfer und zinn irgendwie aluminium habe ich richtig schaust entschuldigen sie vielmals große wolle so tank dahin noch eine ender palette kies brauchst du nicht mehr ne aktuell jetzt nicht ja doch wenn man nachher zwei leitungsbinder machen müssen bauen wir dann nochmal kies so gut nenne ich auch nochmal einen großen see lava ja ok zwei 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 sehen kannst du ja gerne markieren dass du wieder findest ist nicht zu verfehlen ok so den denke ich jetzt mal hier ran dann stellen wir den ein ein haben wir noch einen block auf eisen halt was gibt es denn als nächstes hier das hammer da könnte man den eisencappelstone generator machen die frage ist bloß wozu brauchen wir den kuppel der eisen einfach in eisen reinhöhlen ich mache es jetzt trotzdem mal weil dann kriegen wir wahrscheinlich wie dann den nut kiste oder sowas es ist das eher meine tüte hat tolle cave spider charm ich glaube dann hat man schon spider charm okay wo könnte man den hinsetzen derweil wo er keinen schaden anrichtet aber könnte noch eine wir warten das gleich mit denen da ist glaube ich glaube da brauchen wir kisten machen wir eine kiste und dann machen wir das so glaube ich stellen wir jetzt hier drauf und haben schon unsere cobblestones werden generiert so compacting compacting redstone ist noch nicht in sicht bitte atto tschuldigung herr wolle bitte klinz dann klinz dann haben wir noch keine haben wir was in den ofen wenn man sich unterrennt da geht gefühlt irgendwie schneller das war ja schon fast eine beleidigung hoch machen wir noch ein bisschen kohle draus dann brauche ich ein paar kolben eins eins bam 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 μας behaun wir noch ein eisen min das rein hauen einen krieg ich noch aus hallo hat ein ente mann vorbeigesausst du hast sie nicht eingefangen die mitte das aluminium sieht ja aus wie kupfer ist es ja 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 lied aus mir aber sind haben wir noch nicht nein habe ich noch nicht gefunden so wie er 10 oder alternativ gold das heißt ich schaue noch mal schnell mal was was war das kupfer und zinc aluminium brass aluminium brass aluminium und kupfer aha drei aluminium ein kupfer kann man das aber machen drei aluminium ein kupfer wir haben unsere eisen gleich fertig abkühlen ok ich glaube ich muss das wetter mal noch ein bisschen leiser stellen ich brauche schon ein bisschen sein ja gar zu laut aber ich sehe gerade wir sind schon wieder weit über die zeit was und mit diesen compacting draw beenden wir die folge es war schön dass er wieder mit dabei gewesen seid wenn es euch gefallen hat dann lasst uns ein däumchen nach oben da und in der nächsten folge geht's weiter ciao tschüss